So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder, kalt ist der Abendhauch. Behüt uns Gott vor Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch. Nachbarschaft ist eine der engsten Beziehungen, und zwar eine, die man sich ja normalerweise nicht aussucht. Nachbarschaften ergeben sich, und da kann es sehr schnell dazu kommen, dass man sich auf die Nerven geht. Man weiß, dass sich Professoren in Italien, in der Toskana, gegenseitig umgebracht haben, weil der Ast über den Gartenzaun rüberhing und der nicht beseitigt wurde. Jede menschliche Beziehung hat immer eine sehr gute und im Extremfall auch eine sehr gefährliche Seite. Ich war in Amerika Professor, und in Amerika gibt es den Begriff to neighbor, sich um den Nachbarn kümmern. Ach, sie liegen mit Fieber im Bett, kann ich ihnen vom Supermarkt was mitbringen? Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ich glaube, der hat eine Freundin, der schließt sich da immer ein, und die Tür ist zu, und die Rollläden sind runtergegangen. Das ist die andere Seite. Also Nähe ist auch Gefahr. Es gibt etwas, was ganz wunderbar ist, eine sympathische Distanz. Weil jede Nähe führt irgendwann zu etwas, was man mit Nähe nicht erreichen will. Das haben französische Ehepaare in guten Jahrhunderten einander gesiezt, damit nichts Schlimmes passiert.